jo leute und damit willkommen zurück zu live in the woods mit dem flash hallo hallo centos begrüßungsklubs naja christian zurück du arsch so mein freund danach was machen wir eigentlich ich habe keine ahnung mehr ich auch nicht ich weiß nur dass ich hier oben am dach umbimmeln war aber das ist schon ewig her würde ich behaupten knapp vier wochen könnte sein oder länger wo kommt die kuh her ich weiß nicht eben war hier noch keine kuh nein jetzt geht doch nicht in keller blöde ja also ich war beim gewächshaus dabei das stimmt wenn ich auf wanderschaft gegangen stimmt ja ich habe noch zwei zwei kranke gebäude im kopf das eine kennst du das andere hast du noch nicht gesehen weil du es nicht auf dem bauzimmer gemacht hat das eine kennst du ja komische grabstätte da oder das ist ein portal hoch ach so dann dann sind es ja drei das portal das portal ist ja auch noch da das ist gar nicht mehr ach so hier habe ich auch nur die umbrandung gemacht stimmt ja ja das ist natürlich clever ja wo ich in der zeit echt gar nichts gemacht hat 0,0 mal 0,000 hast gemacht aber so richtig ja das macht ja nix dort macht ja nix mal ein bisschen leiser hier hier der portalraum von ihm ey du spoiler mensch ja und wir machen das halt immer noch dass wir die figuren dann da hinsetzen da kann es ja nicht anders sitzen gibt ja kein kraftig rezept dafür das stimmt aber hier hatte ich genau ja die aufgelassen hätte ich den zaun noch hingeplaced es kommt noch wenn ihr hinter dem berg bist der wo die griesenfetten bäume sind ja dann kommt noch so ein dorf rein naja das mit dem dorf hattest du ja schon als weg gehabt dass du das machen wolltest nein glaube ich auf dem bauzimmer hängt da schon ein teil von der brücke das hatte ich mal wenn euch passieren wenn ich das gemacht hatte naja der weg muss auch noch fertig gemacht werden hier der komplette weg ich weiß ja nicht warum aber immer wieder den aufnahmen dass ich niesen muss ja immer wenn ich entweder anfangen wollte oder mittendrin muss ich irgendwann durchgehend läuft meine nase da muss ich niesen durchgehen aber ist vielleicht eine allergie aufnahm allergie die let's player allergie aufnehmen nee das ist nix ne nix für dich nix für mich du lässt das schön sein du fängst jetzt an zu niesen und dann hörst du irgendwann auf damit ach quatsch so in der art ich mute mich dann einfach fertig da unten ach ja der raum bestimmt ja unten standen die ja fans wo ist denn carpenter fans apropos projekt ne keller muss ja auch noch gemacht werden ja das ist aber äh nicht mein problem hallo da kann ich mir mal ganz rein kapita gate das ist ja immer noch bei mir im letzten stand hier ah und auf port server ist das komplett weg schon ja da ist es komplett was sollte ich auf screen machen auf screen hier dass sie alles wegreißen mach ich doch nicht in der aufnahme also klar gib gas hm ist klar ach das portal mach ich das feld so weit fertig mit den ganzen gravel aha zugehauen naja ich kann sagen das portal steht dann an einer andere stelle hier ja in der luft ich bin jetzt treppelt dran jetzt muss ich hier so einen kompletten außen und bin ich gleich außen gegangen hä weil du doof bist vielleicht mit einem feld gammeln ich bin nicht doof ich denke manchmal nur anders ja das muss ja noch rein äh 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 manchmal denkt man das nur ist doch so doch doof ach hier müssen noch die und hier muss noch alles gerade gemacht werden der halbe see verschwindet ja noch ja muss angleichen ja da ist noch einiges zu tun so das ist irgendwie voll komisch wenn man keine musik im hintergrund ist nur weil der player mal die freeze macht ja aber ist egal wenn der freeze sender läuft das wirklich ja und so aber trotzdem haben wir voll kacke aktiviert für players warte mal ich mach den mal an dann soll halt freeze ja als können dann nur spieler wieder drauf so ähm da einstellungen sind ne natürlich nicht übernommen hat dich hier nen durchgang hatte ich gemacht und der durch den durchgang naja hier oben zwischengeschossen mal ja ich weiß ja noch die letzte folge wo wir wo ich dich ganz gerade abgeschossen hab ja aus langweiler nein wie kommst du denn da drauf ich doch nicht würd ich niemals machen ne ne du doch nicht ähm hab ich irgendwo da äh ja achso ich hab keinen platz mehr im hinterher deswegen ok die musik ist ein bisschen laut aber ich kann es ja einstellen zum glück sicher auch wenn der player freeze ja gut ich hab dafür tasten ja aber ich kann das ja halt über den voicemail da einstellen gab es hier nicht so wie heißen denn die auf englisch diese strohbälle also beziehungsweise man konnte doch hier wie zusammen machen ja ja keine ahnung wie auf englisch heißen überfragt müssen nämlich auch irgendwas mit wie teilen mhm 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 was ja dass sie nicht gehen kann drauf drücken so wie du willst aber macht das gar nicht okay das ist echt nur bei mir noch sehen komisch wo ich 1 wieder drauf hatte doch halt wieder einmal ein paar funktionen das ist natürlich ein bisschen kömmig und immer bei mir ist ja auch nicht schlimm ist wenn es so lange bei dir ist nur ja sei froh dass ich bei mir ist scheißegal wenn das bei mir ist also wegen als ob mich das jucken wir beide geben uns wieder gar nichts dabei quatsch so wie immer ja wenigstens konstant und durchgehend ja so wie sich es gehört so finde ich auch so das ist glaube ich jetzt nur vom dach erreichbar was war denn hier noch die küche 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 ach stimmt die aus der aufnahme flüssiger aus als hat wenn ich spiel ja wenn du kein buffer eingestellt dass dann ja kein puffer ein puffer blöcke 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 als ich weiß ich nicht mag häuser einrichten doch oder in carpenters blöcke rein drücken das magst du gerne ein so richtig gern das ist das kuh wo ist centos wo bist du denn jetzt bist aber nicht im gewächshaus oder hinterm hauskopf also das hätte ich dir gesehen oh ich höre dich knuspern mhm muss gerade was essen warum macht hungrig hey du arschkante hier unten bin ich ich sehe deinen namen nicht hey du arschkante hey du arschkante ist das die nein ich frage jetzt nicht ach cool und dadurch dass das nicht fließt macht er nicht automatisch weiter dann ey wenn er mich verarschen ist natürlich clever hast du oben auf den loop eingestellt also die funktion ja ist halt standard eingestellt wenn du es installierst nicht doch doch weil ich die einstellung ja nicht gelöscht habe warum packst du nicht alle warum packst du nicht die ganze musik in anderen player rein weil du es beim wenn du besser einstellen kannst ja das ist schon richtig dass man nicht auf die andere zunspur mit abgreift äh du 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 ich muss immer nachher googeln danach warum die sau das macht hm oder ich denke ne tatei dazwischen die das verursacht kann auch sein das kann alles sein sein oder nicht sein das ist die frage sich jetzt noch dichter werden nicht wie ein hallo sicherlich sicherlich sowas ich weiß kein weiß ich in den raum rein machen könnte ich mein eigenes schlafzimmer einmachen das kann auch du mich auch was denn jetzt ein eigenes immer einrichten könnte ganz auf dem dach warte mal ist nicht auf dem dachboden auch noch platz gewesen das stimmt ja hier gab es eine zweite etage aber da hast du keine fenster